Da kommt so ein Mann von uns betten Und zwar Ruhi gegen Dark Ruhi Ja, die Idee kam ja auf Als ich auf einen schwarzen Ritter Ruhi sah Dass ich den hier ein tun muss Nun ja egal, dann... Lass uns diese Leute dann erschwingen 3, 2, 1, GO! Doch, wenn du jetzt nicht so laut bist Dark Ruhi Und der normale Und der normale Ruhi Ich hab versucht die Bär-Animation zu ändern Hat's auch etwas umgeändert Und zwar beim Downtown Sehen wir hin? Sehen wir hin? Jetzt hat er diese Animation von diesem Ruhi-Ukoma Beim Vorwachs-Smash Ich hab immer noch keine Ahnung So, wenn er das da fixen kann So, wir... Ich wollte die Bär-Animation mit dem... Mit dem... mit dem... mit dem... Mit dem... ähm... Bär-Animation Nächstes haben wir mal sehen vom Feiernbremsen Von seinem Feiernbremsen Und dem Spiel Kommt, werden wir dann tatsächlich Mit dem Pixen rum Ja, als ob er... als ob er... Ich kenn mich mit Feinbrem jetzt gut aus, ich spiel mir mit Feinbrem sieben. Feinbremlitz-Plays, weil ich zur Schlechterin bin. Ich habe zwei meine Kameraden verloren in unserem Abenteuer. Florina und noch Eric. Mein Magier, diese blöde Ballista! Hey, Musik ist ja gar nicht mehr so laut. Und das! Jetzt dunkler Victory-Thema. Das hat mich mit Absicht zu bezahlen, wenn ich echt gewinnen kann. Schließlich habe ich die Musik noch nicht umgeändert. Mir gefällt's für den Dark Null. Ich denke jetzt gerade daran, alle Musiken sind eh umzuendern. Was glaubt ihr? Feinbremse Musik ist gesagt, das Licht ist eh Licht-Thema. Für die Bösen ist das Thema hier. Wir würden das dann nicht besuchen. Naja, egal. Das waren die Einstellungen. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal!